Was ist Veganismus? Die Antwort ist einfach, oder? Veganismus heißt, nichts vom Tier zu essen. Leider ist das nicht ganz so einfach. In diesem Video nehmen wir dem Veganismus die Maske ab und schauen uns an, was darunter steckt. Wir lernen die Stärken des Veganismus kennen, die Kritik an ihm und erfahren etwas über die drei Formen des Veganismus bzw. der veganen Bewegung. Was ist Veganismus? Veganismus ist eine Philosophie und Lebensweise. Der Veganismus strebt danach, alle Formen der Ausbeutung und Grausamkeit gegenüber Tieren für Ernährung, Kleidung oder andere Zwecke auszuschließen. So weit wie möglich und praktikabel. Der Veganismus fördert die Entwicklung und Verwendung tierfreier Alternativen zum Nutzen von Tieren, Menschen und der Umwelt. In Bezug auf die Ernährung bedeutet das den Verzicht auf alle Produkte, die ganz oder teilweise von Tieren stammen. Ich grüße euch. Gefällt euch diese Definition der Vegan Society? Ich finde sie großartig. Sie ist ein sehr guter Ausgangspunkt. Wenn jede Person, die über Veganismus spricht, diese Definition kennen und anwenden würde, wir könnten sehr viele Vorwürfe und Missverständnisse vermeiden. Zentral ist folgendes. Der Veganismus ist eine Philosophie und Lebensweise. Eine Einstellung, die das Handeln im Alltag anleitet. Eine Norm, nach der wir uns richten können. Wir haben das Prinzip Ablehnung von Ausbeutung und Grausamkeit gegenüber Tieren. Und daraus ergeben sich dann bestimmte Verhaltensweisen für Ernährung, Wissenschaft, Jagd, Sport, Kleidung, Unterhaltung und so weiter. Ich lese aus der Definition 5 Stärken heraus. Nummer 1 Veganismus als Lebensweise Die Ernährung ist wichtig im Veganismus, aber Veganismus ist eben mehr als nur eine Ernährungsweise. Als Ernährung reiht sich Vegan nicht ein neben Paleo, Detox, Slow Food, Low Carb und so weiter. Es geht bei Vegan nicht darum, was natürlich ist oder was gesund ist oder was irgendwelche Menschen vor 10.000 Jahren gegessen haben. Der Fokus liegt nicht auf uns, sondern auf den Tieren. Es geht um eine ethische Maxime. Wenn wir Veganismus auf eine Ernährung reduzieren, dann entkernen wir den Veganismus und geben seinen grundlegenden Anspruch auf. Wir begeben uns dann auch in so ein liberales Freiheitsverständnis, wo es dann heißt, Essen ist Privatsache. Denn wer hat sich schon in Essen einzumischen? Wir sind dann in so einem bestimmten Diskurs gefangen, wo wir eigentlich nur noch den Teller vor uns sehen und nicht mehr die Umstände, nicht mehr die Art und Weise, wie das Essen vor uns produziert wird. Der Veganismus verlangt von uns, wortwörtlich über den Tellerrand hinauszuschauen. Hinein in die Gehege, Käfige, Schlachtanlagen, Ställe und Laboratorien. Beim Veganismus geht es grundsätzlich um die Frage, welches Verhältnis wir zu Tieren haben. Die Ernährung ist ein Aspekt davon, aber es gibt, wie schon erwähnt, eben auch noch die Jagd oder Sport oder Unterhaltung oder Bekleidung oder Wissenschaft. Und das eine hat nicht immer zwangsläufig was mit dem anderen zu tun. Stellen wir uns mal vor, dass jemand darauf angewiesen ist, Fleisch zu essen. Warum auch immer. Warum sollte das ein ethischer Freifahrtschein sein dafür, dass diese Person in Zoos und Zirkusse geht, an Tieren forscht oder Wolle und Leder trägt? Das grundsätzliche Anliegen des Veganismus ist damit ja nicht aus der Welt geschafft, dass es vielleicht in einem Bereich, warum auch immer, nicht funktioniert. Der Veganismus greift mit vielen Tentakeln um sich. Und wenn ein Tentakel schwächelt, dann haben die anderen Tentakel immer noch genug Saugkraft. Nummer 2. Veganismus als Ideal Gemäß der Definition ist der Veganismus ein Ideal, an dem wir uns orientieren. Keine tierlichen Produkte zu konsumieren oder Produkte abzulehnen, in deren Herstellung Tiere vorsätzlich zu Schaden kommen, Das ist nur die Übersetzung des Prinzips in den Alltag. Die Ablehnung tierlicher Produkte ist kein Selbstzweck. Es geht darum, keinem Tier vorsätzlich zu schaden, gebrauchte Ledergürtel zu tragen oder ein verendetes Reh im Wald zu essen. Das ist ethisch durchaus damit vereinbar. Ich gehe sogar so weit zu behaupten, dass wir 100% vegan leben können. Wie ist das möglich? Naja, indem wir uns einfach an dem Ideal orientieren. Ich kann mich auf dieses Ideal zu 100% berufen. Wie ich das dann im Alltag umsetzen kann, das ist wieder eine andere Frage. Und das ist eine Verwechslung, die ich immer wieder erlebe. Auf der einen Seite das Prinzip und auf der einen Seite die Umsetzung. Die meisten Menschen kritisieren den Veganismus auf der Grundlage seiner Umsetzung und nicht auf Grundlage seines Prinzips. Da kommen dann auch manchmal so fragwürdige, logische Schlüsse zustande, wie Gestern bin ich beim Joggen auf einen Käfer getreten. Also ist ja sowieso alles egal. Dann kann ich auch Schweine, Rinder und Hühner mästen und schlachten. Das ist von der Logik her ungefähr so überzeugend, wie Ich habe gestern in der Straßenbahn jemanden angerempelt. Also ist es ja wohl okay, ab jetzt vorsätzlich gewalttätig zu sein. Patrick übernimmt du mal kurz. Natürlich kann man beim Gehen auf der Straße leider auch auf Insekten treten. Genauso ist es uns Menschen aber auch nicht möglich, so zu leben, dass nirgendwo tödliche Unfälle verursacht werden. Aber die Folge daraus ist ja nicht, dass man überhaupt nicht erst versuchen sollte, Unfälle zu vermeiden oder dass man deshalb beliebig töten kann. Da sind wir dann aber wieder beim Zynismus. Wir machen uns als Gesellschaft abhängig von der Nutzung von Tieren und deren Produkten und Körpern. Wir ignorieren die Definition des Veganismus, aber werfen dann Veganer und Veganerinnen vor, dass es angeblich nicht möglich ist, zu 100% vegan zu leben. Ich lese das auch gesellschaftskritisch. Schaffen wir eine Gesellschaft, in der es möglich ist, ohne die Instrumentalisierung von Tieren auszukommen und so weit wie möglich nach diesem Ideal zu leben, in der Praxis. So weit wie möglich. Damit kommen wir zu Punkt 3. Die Flexibilität. Die Definition berücksichtigt unterschiedliche Möglichkeiten unterschiedlicher Menschen mit unterschiedlichen Ressourcen. Manchmal heißt es ja, wer finanziell schwächer gestellt ist, der kann sich nicht leisten, vegan zu leben. Auch wenn das mit der teuren veganen Lebensweise weitgehend ein Märchen ist, nehmen wir mal an, das stimmt. Dann kann ich ja immer noch vegan leben, wenn ich mich denn nur darum bemühe. Also wenn ich versuche, das Ideal in der Praxis anzuwenden. Wenn ich zum Beispiel nicht die Zeit habe, mich über alternative Produkte zu informieren und wenn ich nicht die Finanzen habe, um mir Tufu zu kaufen oder Hafermilch oder was auch immer, dann heißt das ja nicht, dass ich deswegen Lederprodukte kaufen muss oder dass ich deswegen in den Zug gehen muss oder mir eine Wollmütze kaufen muss oder so etwas. Und auch hier kommt wieder die Gesellschaftskritik zum Tragen. Machen wir es den Menschen so einfach wie möglich, das vegane Ideal in der Praxis zu leben, indem wir das Angebot schaffen und die materiellen und finanziellen Voraussetzungen, dass Menschen vegan leben können. Und damit sind wir auch schon bei Punkt 4 angekommen, der Selbstaufgabe. Veganismus ist keine Selbstaufgabe. Es geht nicht um Aufopferungen und Selbstkasteiung und solche Sachen. Man darf sich da in der Rechnung selbst nicht rausnehmen. Veganismus bedeutet eben nicht, sich selbst zu schaden, um anderen zu helfen. Vielleicht kennt ihr ja diesen Witz. Ein Vegetarier und eine Veganerin stehen auf dem Hochhaus und springen runter. Wer gewinnt? Die Gesellschaft. Ich würde eher sagen, wenn ein Veganer oder eine Veganerin leidet unter der veganen Lebensweise, dann ist damit überhaupt niemandem geholfen. Deshalb finde ich es grundsätzlich vertretbar, auf Medikamente oder auf Impfungen zurückzugreifen, die an Tieren getestet wurden, solange es keine tierversuchsfreien Alternativen gibt. Und wenn ich mit dem Flugzeug über den Anden abstürze und es nur Pelzmäntel und Dosenwurst zum Überleben gibt, dann ist das mit dem Veganismus durchaus vereinbar. Aber wir führen nun mal keinen Überlebenskampf in den Bergen oder im Dschungel. Diese Verweise auf Inuit oder Naturvölker, ob die vegan leben, sich vegan ernähren können oder was auch immer, finde ich irrelevant. Hat für uns überhaupt gar keine Bedeutung. Wichtiger wäre es, den Besen vor der eigenen Haustür zu schwingen. Damit sind wir bei Punkt Nummer 5. Der Fokus des Veganismus liegt auf der Tieredik, aber umfasst auch das Wohl von Mensch und Natur. Der Veganismus lässt sich nur tieredisch wirklich begründen. Gesundheitlich spricht nichts dagegen, einmal im Monat ein Ei zu essen. Menschenrechtlich spricht nichts dagegen, Rinder mit Soja aus Europa zu füttern. Und auch ökologisch spricht nichts dagegen, Kühe auf einer Wiese zu halten. Alle diese Punkte haben etwas mit dem Veganismus zu tun. Aber der Veganismus ist nicht die Lösung für alle Probleme dieser Welt. Das wäre auch ziemlich vermessen und ziemlich viel verlangt. Der Veganismus löst jedoch das Problem, wie wir mit Tieren umgehen. Und er liefert tiefe Einsichten und Anregungen für Menschenrechtsprobleme, Klimaprobleme, Umweltprobleme und Gesundheitsprobleme. Der Veganismus ist eine Lebensweise und nicht nur auf die Ernährung beschränkt. Er ist ein Ideal, nach dem wir uns richten können. Das Ideal ist flexibel genug und damit alltagstauglich. Der Veganismus erfordert demnach keine Selbstaufgabe von uns und der Fokus des Veganismus liegt auf der Tieredik. Damit haben wir die Stärken des Veganismus kennengelernt. Doch gibt es auch Schwächen? Wo hinkt und strauchelt der Veganismus? Wo können wir den Porsche packen und zu Boden werfen? Kritik bedeutet beurteilen, einschätzen, unterscheiden. Gehen wir also zur Kritik über. Der Veganismus ist eine Ideologie, aber er ist eine lebensbejahende Ideologie. Er achtet und respektiert das Leben. Es ist ein fundamentaler Unterschied, ob ich das Leben im Allgemeinen bejahe oder ob ich nur mein Leben bejahe. Wenn ich nur mein Leben bejahe, das ist Egoismus. Aber das eigene Leben zu bejahen in Rücksicht auf die Lebensbejahung anderer, das ist Altruismus. Und genau das ist Veganismus. Der Veganismus bejaht das Leben anderer. Er erkennt das Lebensrecht und das Existenzrecht anderer Individuen an. Und was ist mit meinem Lebensrecht? Also dem der Pflanzen? Wir sind dem Veganismus scheißegal, oder? Nur ein Individuum kann Rechte haben. Es wäre Quatsch, von einem Stein zu behaupten, dass er ein Recht darauf hat, nicht geworfen zu werden. Nun ist seine Pflanze kein Stein, sondern ein lebender Organismus. Hat eine Pflanze das Recht darauf, zu existieren? Sind wir ehrlich? Geht es uns wirklich um das Lebensrecht von Pflanzen, oder geht es uns nicht vielmehr darum, eine Lücke im Veganismus zu finden, damit wir sein gesamtes Anliegen diskreditieren können? Hier die Fakten. Für eine nicht-vegane Lebensweise werden viel mehr Pflanzen vernichtet, als für eine vegane Lebensweise. Warum? Ganz einfach. Was essen die Tiere, die wir nutzen? Richtig. Pflanzen. Und zwar in vielfacher Menge. Auch wer nicht-vegan lebt, lebt nicht nur auf Kosten von Tieren. Wir essen nicht nur Schnitzel, wir essen Schnitzel mit Kartoffeln. Wir essen nicht nur Käse, wir essen Käse mit Brot. Es findet eine dreifache Vernichtung statt. Vernichtung der Tiere, Vernichtung der Pflanzen, die durch die Tiere gegessen werden und Vernichtung der Pflanzen, die wir essen. Und noch ein dritter Punkt, den ich für nicht weniger relevant halte als die anderen beiden Punkte, weil er die ganze Absurdität der Diskussion deutlich zeigt. Wollen wir wirklich das Leiden einer Pflanze mit dem Leiden eines Schweines gleichsetzen? Also gibt es wirklich jemanden, der so argumentiert, dass das hier und das hier gleich ist? Das entscheidende Kriterium für ethische Relevanz ist Empfindungsfähigkeit. Um von einer Person oder einem Individuum in einem ethisch relevanten Sinne zu sprechen, muss ein Etwas empfinden können. Es muss einen Unterschied für jemanden machen, was ich mit ihm mache. Macht es für einen Stein einen Unterschied, wenn ich ihn werfe? Nein. Macht es für eine Sonnenblume einen Unterschied, wenn ich sie pflücke? Vielleicht. Macht es für ein Schwein einen Unterschied, wenn ich es kastriere und ihm den Schwanz abschneide? Definitiv. Woher willst du denn wissen, dass Sonnenblumen nichts empfinden? Aus drei Gründen. Sie haben kein zentrales Nervensystem, sie haben eine andere evolutionäre Entwicklung als Menschen und Tiere und sie zeigen kein Verhalten, das auf Empfindungen hinweist. Es ist so eine Sache mit Gleichheit und Unterschieden. Die Definition des Veganismus berücksichtigt keine Unterschiede innerhalb der Kategorie Tier. Ich spreche deshalb persönlich lieber von empfindungsfähigen Lebewesen, auch wenn das ziemlich sperrig ist. Darüber hinaus gibt es innerhalb der Kategorie Tier erhebliche Unterschiede. Biene und Bär, Libelle und Löwe, Regenwurm und Ringelnatter, Schwamm und Schimpanse. Wir setzen alle in den Begriff Tier gleich. Und wenn es falsch ist, einen Kaktus mit einem Schwein gleichzusetzen, dann sehe ich keinen Grund, warum wir Regenwurm und Schimpanse oder Ameise und Huhn gleichsetzen sollten. Das bedeutet, dass Unterscheidungen im Veganismus durchaus angebracht sind. Der Veganismus ist keine Ideologie der Gleichheit. Denn wenn Säugetiere, Vögel, Pilze, Pflanzen und Insekten alle gleichwertig sind, dann spielt es am Ende keine Rolle, ob wir milliardenfach Schweine töten oder milliardenfach Heuschrecken töten oder milliardenfach Läuse töten. Und auch in der Forschung ist es dann egal, ob wir an Mäusen, Affen oder Fruchtfliegen forschen. Aber findet ihr das plausibel? Findet ihr das überzeugend, keine Unterschiede zu machen? Was aus Unterschiedlichkeit aber nicht folgt, ist, dass es irrelevant ist, was wir mit Ameisen oder Bienen oder Läusen machen. Veganismus als Ideologie versucht, Leid zu verhindern und zu minimieren. Und das gilt für alle empfindungsfähigen Lebewesen. Aber wenn ein Rind genüsslich auf der Wiese grast und dann eingeschläfert und sanft getötet wird oder wenn ein Jäger ein freilebendes Reh mit einem Schuss tötet, dann leiden die Tiere doch nicht. Ein Tier zu töten, das bedeutet, dessen Leben zu verneinen. Wenn wir ein Tier töten, bringen wir es um das Kostbarste, was es hat, sein Leben. Aber es stimmt, die Definition des Veganismus ist an der Stelle sprachlich nicht optimal, da von Ausbeutung und Grausamkeit gegenüber Tieren die Rede ist. Das suggeriert, nur besonders schlimme Praktiken gegenüber Tieren sind abzulehnen und verleitet uns dazu, so eine Art Romantisierung von artgerechter Haltung oder humanem Schlachten zu erliegen. Sagen wir es also lieber so. Der Veganismus lehnt die Tiernutzung ab. Mit Nutzung meine ich Ausnutzung und Instrumentalisierung. Ich lasse in dieser Stelle mal offen, ob es nicht vielleicht doch Praktiken gibt, bei denen es ethisch okay ist, Tiere zu nutzen, wie zum Beispiel symbiotische Beziehungen zu Haustieren. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Mir geht es um das aktuelle System der Tiernutzung bzw. des Tierkonsums, in dem Tiere Mittel zum Zweck sind. Die Tiere sind massivem Leiden ausgesetzt, weil wir die Tiere dem System anpassen. Und wenn wir das System den Bedürfnissen der Tiere anpassen würden, dann würden wir die Tiere ja immer noch instrumentalisieren. Die Tiere existieren im Tierkonsum nicht um ihrer Selbstwillen. Sie existieren für unsere Zwecke. Sie sind Nutztiere. Und das ist zynisch, perfide und lebensverachtend. Ja, auch für den Veganismus sterben unabsichtlich Tiere. Ich lehne die Bezeichnung leidfreie Lebensweise deshalb ab. Aber es macht einen Unterschied ums Ganze, ob die Nutzung und Tötung von Tieren der Zweck ist oder ohne Vorsatz erfolgt. Und es ist ja nicht so, dass Veganerinnen das nicht auch kritisch sehen würden. Aber das liegt an einem politischen und wirtschaftlichen System, das Menschen, Tiere und Pflanzen, also die gesamte Natur, unterwirft. Und damit kommen wir zu Punkt 5. Der Veganismus als soziale und politische Bewegung. Ich sehe zwei große Versäumnisse des Veganismus. Die Überbetonung der Ernährung und der Fokus auf die Konsumseite. Aber im Grunde ist der Veganismus eine soziale und politische Bewegung, deren Ziel es ist, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen Tiere und Menschen erniedrigte, geknechtete, verlassene und verachtete Wesen sind. Und das bedeutet, den Fokus nicht nur auf die Konsumierenden zu legen, sondern auch auf Politik und Wirtschaft. Fassen wir zusammen. Der Veganismus bejaht das Leben. Entscheidend ist Empfindungsfähigkeit. Der Veganismus macht Unterschiede. Der Veganismus lehnt die Tiernutzung ab. Und Veganismus ist eine soziale und politische Bewegung. Damit sind wir bei Kapitel 3 angekommen. Tierrechtler, die vor Mastanlagen protestieren. Studierende, die Lesegruppen zum Veganismus bilden. Influencerinnen, die sich für glänzende Haut vegan ernähren. Unternehmer, die Tempeh- oder Kohlgläder produzieren. Aktivistinnen, die sich mit Laptops in der Stadt aufstellen und schweigend Aufnahmen aus der Tierhaltung zeigen. Sportler, die ihre Kraft aus Pflanzen ziehen. Politisch Engagierte, die vegane Parteien gründen. Philosophie studierte, die schlaue oder nicht so schlaue YouTube-Videos produzieren. Was vereint diese Menschen? Der Veganismus. Die vegane Bewegung ist mittlerweile so verschieden, dass es angemessen ist zu differenzieren. Ich unterscheide drei relevante Formen der veganen Bewegung beziehungsweise des Veganismus. Legen wir los. Nummer 1. Aggressiver Veganismus. Der aggressive Veganismus stellt der Brutalität der Tiernutzung die Brutalität der Aufklärung gegenüber. In Innenstädten Bilder aus der Massentierhaltung zeigen, Shoah-Vergleiche fomenten, Konsumierende als Mörder betiteln. Der aggressive Veganismus setzt auf Konfrontation. Dabei sind ihm alle Mittel recht, die Aufmerksamkeit erzeugen. Kunstblut, Sexismus, Anklage, Brüllen. Der aggressive Veganismus hofft so, die Leute wach zu rütteln und sie emotional zu erreichen. Die Erfahrung zeigt, dass der aggressive Veganismus zwar eine Person erreicht, aber neun Personen verkrault. Die Menschen wollen nicht hören, was in der Tierhaltung passiert. Zumal der aggressive Veganismus die Macht der Konsumierenden überbewertet und unterkomplex ist. Der Vorteil des aggressiven Veganismus ist seine Wut. Diese Wut schlägt jedoch schnell in Hass um. Wut und Hass sind nicht identisch. Wut und Aggression können positiv sein. Wenn jemand meine Identität in Frage stellt, wenn mich jemand angreift, wenn ich Ungerechtigkeiten an anderen erlebe, dann ist es geradezu eine Pflicht, wütend und aggressiv zu sein. Diese Wut und Aggressivität kommt bei vielen Menschen allerdings nicht gut an. Der zweite Typ des Veganismus hat daraus gelernt und versucht es mit einer anderen Strategie. Der pragmatische Veganismus setzt auf Fakten und Sympathie. Er verzichtet auf Anklagen und Moralisierung. Er zeigt Entgegenkommen und Verständnis. Die Menschen sollen nicht überfordert werden. Weshalb der Zugang zum Veganismus hauptsächlich über die Ernährung erfolgt. Kleidung, Zoos, Zyrgusse, Jagd oder die Heimtierhaltung können immer noch folgen, wenn die Menschen den ersten Schritt gemacht haben. Um eine vegane Welt zu erreichen, setzt der pragmatische Veganismus auch auf andere Gründe als Tierethik. Artenschutz, Gesundheit, Klima, Umwelt. Es ist nicht wichtig, warum die Menschen anders konsumieren. Es ist wichtig, dass die Menschen anders konsumieren. Als Ansatz der Veränderung gilt das konsumierende Individuum. Wirtschaftliche und politische Strukturen und Prozesse blendet der pragmatische Veganismus zwar nicht aus, aber er weist ihnen eine untergeordnete Stellung zu. Ausgehend soll die Veränderung nicht von VeganerInnen, sondern von FlexitarierInnen. Es ist besser, wenn fünf Personen ihren Fleischkonsum um 50% reduzieren, als wenn eine Person ihren Fleischkonsum zu 100% aufgibt. Um möglichst viele Menschen zu erreichen, unterstützt der pragmatische Veganismus technische und chemische Entwicklungen wie In-Vitro-Fleisch oder Erbsenproteine. Der pragmatische Veganismus hat den Vorteil, dass er anschlussfähig und zugänglich ist. Sein Nachteil besteht darin, dass er das Politische ins Private verlegt, zu sehr auf technologische Neuerungen setzt und den Veganismus entkernt. Nummer 3. Der emanzipatorische Veganismus. Der emanzipatorische Veganismus ist die Lehre von der Befreiung der Tiere aus der menschlichen Unterdrückung zum Wohle von Tieren, Menschen und Natur. Ziel des emanzipatorischen Veganismus ist die Überwindung der Äthiologien des Karnismus, des Speziesismus und des Tierkonsums. Der emanzipatorische Veganismus gründet in der Tierethik und versteht sich ganzheitlich. Er reduziert den Veganismus nicht auf eine Ernährungsweise und sucht den Schulterschluss zu Antisexismus, Antirassismus, Klima- bzw. Umweltbewegung und Kapitalismuskritik. Der emanzipatorische Veganismus ist nicht so zugänglich wie der pragmatische Veganismus. Denn die Menschen probieren lieber vegane Bolognese, als eine 300-Seiten-Abhandlung über Pathozentrismus, Tugendethik oder Utilitarismus zu lesen. Der große Vorteil des emanzipatorischen Veganismus liegt in seinem ganzheitlichen Ansatz und seiner theoretischen Verankerung. Das ist gleichzeitig sein Nachteil, insofern der theoretische Bezug bisweilen elitär, intellektuell und weltfremdwürdig. Ebenso erschließt sich vielen Menschen nicht sofort der Zusammenhang zwischen Antirassismus, Feminismus, Kapitalismuskritik und Veganismus. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welchem Typ Veganismus ihr angehört und was ihr von dieser Unterscheidung haltet. So oder so, ich stelle folgende Fragen an die vegane Bewegung. Wie glaubwürdig vertreten wir den Veganismus? Sollten wir den Menschen wirklich erzählen, dass sie mit Veganismus am Arbeitsplatz die Welt retten können? Oder dass eine vegane Ernährung am gesündesten ist? Wie nachhaltig verankern wir den Veganismus? Ist der Fokus auf die Ernährung effizient? Und führen kleine Schritte wirklich zum Ziel Veganismus? Wenn wir den Menschen erzählen, dass Reduktion gut ist und kleine Schritte ausreichen, fühlen sie sich dadurch alleine nicht schon besser und bleiben stehen? Vielleicht wollen die Menschen gar nicht auf den Mount Everest, sondern ihnen reicht der Ausblick von der Zugspitze oder vom Fichtelberg. Welchen Ansatzpunkt wählen wir? Das Individuum? Die Wirtschaft? Die Politik? Wer trägt Schuld und Verantwortung? Wen adressieren wir? Und wie adressieren wir die Person? Gemäßigt und sachlich oder angreifend und verurteilen? Die drei Varianten sind Idealtypen. Das heißt, sie kommen nicht rein vor, sondern sind in Personen, Gruppen und Institutionen gemischt. Die dargelegten Varianten erlauben es, der veganen Wirklichkeit gerecht zu werden. Die Grabenkämpfe sind da und sowohl die vegane Bewegung als auch die Öffentlichkeit ringen um den Begriff des Veganismus. Die Einteilung erlaubt es, sprachlich genau zu sein und nicht verschiedene Ideen und Vorstellungen zwanghaft unter einem Begriff zu fassen. Es gibt nicht den Veganismus, sondern wir verhandeln immer auch darüber, was der Veganismus ist und was der Veganismus sein soll. Das ändert aber nichts daran, dass das Wort vegan als politischer Begriff und als Orientierung nötig ist. Mein Vorschlag ist folgender. Nutzen wir die Wut des Aggressiven, die Zugänglichkeit des Pragmatischen und die Ganzheitlichkeit des Emanzipatorischen Veganismus. Lasst uns zusammenfassen. Als soziale und politische Bewegung umfasst der Veganismus drei Typen. Der aggressive Veganismus hat den Vorteil der Wut. Der pragmatische Veganismus hat den Vorteil der Zugänglichkeit. Und der emanzipatorische Veganismus hat den Vorteil der Ganzheitlichkeit. Dieses Video ist eine Einführung und nicht der Weisheit letzter Schluss. Schreibt mir gerne eure Kritik in die Kommentare und wo ihr die Stärken, aber auch die Schwächen des Veganismus seht. Teilt das Video auch gerne mit Bekannten und Verwandten. Besonders dann, wenn euch mal wieder vorgeworfen wird, dass 100% Vegan nicht möglich sei und Pflanzen auch Gefühle hätten. Danke draus an alle, die den Veganismus voranbringen oder zumindest verstehen wollen. Persönlich danken möchte ich Olli, dem Ortgenossen und Karl Kaktus. Gern geschehen. Aber jetzt Feierabend. Tschüss. Hey! Hallo? Mmh.